Wie soll das eigentlich funktionieren? Ja, Leute, Leute! Hey, Leute! Wir sind live, glaube ich. Mal gucken. Warte, ich muss eben gucken, ob wir live sind. Ja, wir sind live. Warte mal. Nein, glaub noch nicht. Warte, ich gehe neu. Ich lade neu. Ja, wir sind live, wir sind live. Okay, wir sind live. Und ich muss es verfolgen. Mal gucken, ob es leckt. Ich kann dir nichts angucken. Ich kann das angucken. Ja, ich muss gucken, ob es nicht schlägt, Leute. Ja, wir sind live. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Okay, wir sind live. So. Ich muss gucken. Hey! Ich kann ja hier nicht nachgucken. Jetzt hat ein Zuschauer. Einer guckt schon zu. Einer guckt zu? Ja, hi, hi. Guck mal da oben. Einer guckt zu. Ich glaube, das bin ich. Ja, ich gucke zu, obwohl ich nicht zugucke. Ey, der Zuschauer soll mal bitte, äh, 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 bitte mal, äh, was in die Kommentare schreiben. Ähm, ich bin hier nämlich zur Zeit im Gangort. Kann ich das mal angucken. Es läuft auch so. Es läuft auch so. Oh, es läuft noch. Passgott, du stoppt oder wie? Äh, nein, ich will fertig sein. Ich soll mal. Es dauert doch lange, wenn ich...